Was macht der? Ist der wahnsinnig. Er ist geisteskrank. Was macht der? Kann man meinen Helm nehmen? Deinen Helm! Jetzt denken sie, du willst selbst mitmachen. Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video. Wir sind immer noch hier brav unterwegs. Nadine und Kim hinter mir. Nadine mit dem Senna verbunden. Was geht ab, Leute? Hallo, Nadine. Ich muss hier so schleichen, weil die von mir hier nicht 80 fahren. Okay. Oh, wo seid ihr denn? Ja. Kommen wir jetzt an den Puff lang? Ja, ne? Welcher Puff? Moonlight. Moonlight? Geil. Oh, da kommen wir da nicht lang. Moonlight. Ach, wir sind hier? Ja, ne, da kommen wir nicht lang. Aber hier kann man bestimmt irgendwo hinfahren und ein Funko machen. Aber wo? Weiß ich nicht. Irgendwo rechts rein in die Wallachai, oder? Nein. Die nächste biege ich rechts ab, wenn ich es früher noch sehe. Mach es aber bitte nicht zu spät, weil das ist dann blöd. Ja. Oh, scheiße. Hätte ich reingekonnt. Ne, ist ja ein hoher Hof gewesen. Ich glaube, hier kommt auch nichts mehr. Ne, sieht schlecht aus. Hier rechts ist ein Parkhaus. Wollen wir da hochfahren? Wo? 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 Hier rechts. Ich weiß nicht, ob das auf ist. Ja, wo? Hier rechts. Hier rechts. Hier rechts. Ich weiß nicht, ob das auf ist. Aber wollen wir da wirklich hochfahren? Ja. Oh Gott. Oh! Wee! Ich sehe nichts. Hier rutscht. Hier ist nass. Echt? Oh Gott. Warum ist hier so leer? Blink nicht, weil hier, das ist ein Schulparkhaus. Ich will gar nicht so viel Strecklage nehmen, dass hier so nass ist der Boden. Deswegen fahr ich richtig schön großen Bogen. Ah, ich auch. Wer hat denn die dumme Idee, hier reinzupfen? Das ist voll cool. Aber wieso ist das nass? Das verstehe ich nicht. Ah, hier ist trocken. Wie stellen wir denn die Motorräder hin? Hä? So? Hä? So? Hä? Du musst in die Mitte. Da. Oh Gott, Alter, Marco, du kannst mein Motorrad für mich, glaub ich, drehen. Was? Hey, dreh doch einfach den Platz und dann kommst du rückwärts. Ah. Oh, ich hab den schon da unten. Was? Was? Nochmal diese Cabri-Sonne da weg, oder was das da ist? Wir wollen uns da so hinstellen und dann so ein sexy Bild machen. Mit der Cabri-Sonne? Ach so. Wir wollen dann ein Bild machen. Flieg Cabri-Sonne! Grip. So, wie viel Platz braucht sie? Soll sie jetzt in der Mitte? Ach so, ich kann mal mein Motorrad ausmachen. Nein, sie soll in die Mitte. Ja, ja. Schieb sie mal lieber. Mach, sag, nimm du ihr Motorrad einfach. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang. Rückwärtsgang. Rückwärtsgang. Andersrum einlenken. Gerade, gerade, gerade. 없이 eine Runde. Largo, ich würde sagen, du musst noch näher zu uns. Ja, da ich muss noch näher zu euch. Gut gerecht. Wunderschön. Mein Motorrad ist so dreckig. Atme bitte nicht so laut. Tut mir in den Ohren weh. Hör mal, jetzt geht mir perfekt, jeder einen so ein bisschen nach vorne, ne? Meinen ist so dreckig. Schatz den Helm ab. Das Geile ist, dass die Sonne da so schön steht. Marco, weg! Oh Gott, der Helm wird runterfliegen. Guck was er mit seinem Helm macht. Oh Gott, der fällt nicht runter. Das sieht aber cooler aus. Wo? Auf das Dach? Hä? Was willst du machen? Dann könnte man auf jeden Fall ein geiles Bild machen. Aber ist das stabil? Was macht der? Ist der wahnsinnig? Er ist geisteskrank. Was macht der? Kann man meinen Helm nehmen? Deinen Helm! Jetzt denken die, du willst selbst was machen. Nicht werfen, Nadine. Warte. Da von da oben kannst du bestimmt gute Bilder machen, wie wir da stehen. Wer braucht so eine Drohne? Nadine? Kannst du ein Bild machen von mir? Ja. Komm, ich kann von ihr ein gutes Bild machen von dir. So wie du gerade stehst. Sieht mal meinen Namen? Oh, ich stehe falsch. Oh, ich stehe falsch. Was hast du beschlägt? Und? Ja. Was soll denn auf dem Bild zu sehen sein? Ich? Ich mache Selfie. Ich kann mich gar nicht bewegen. Stell dich mal hin, das sieht, glaube ich, cool aus. Mach mal den Kopf ein bisschen höher. Warte mal. Ist doch warm. Warte, war so die Sonne im Hintergrund? So anstrengend. Ja. Du stehst ein bisschen behindert. Stell dich mal gerade hin. So guck mal wie eben. Gehopf gerade weiter nach hinten. Ja, so? Deine Knie, das sieht voll behindert aus. Ja. Jetzt noch eins, wie ich hier setze. Spring! Warte. Mach das Visier runter. So jetzt. Mach schnell. Mach schnell. Mach schnell. Das tut voll weh. Ach so. Ich mache eins, wenn ich mich hinlege und dann einfach... Warte mal. Ich habe... Von mir jetzt? Ja. Warte mal. Spring. Warte mal. Jetzt. Ja, habe ich. Ich komme wieder hier hoch. Ich komme wieder hier hoch. Hallo, Kim. Spring, ja? Warte, ich will das Handy machen. Kim, komm hier hin. Komm hier hin. Kim hat kein verspiegeltes Visier. Egal. Komm. Komm. Der ist gar nicht drauf. Der ist gar nicht drauf. Komm mit. Aber so... Ich weiß nicht, wie man das besser machen kann. Mir sieht man mein Gesicht nämlich auf, weil ich gegen die Sonne stehe. Behindert. Warte. Ey. Du gehst voll vom Bild raus. Bumm. Perfekt. Ein einfach nur meine Story. Komm. Ich muss Kinder markieren. Ich muss die Scheiße wieder runterfahren ey. Kannst du noch ein Bild machen, wie ich hier drauf sitze? Warte. Handschuhe muss ich anziehen, oder? Warte. Ich muss. Ich habe euch alle dann aber drauf. Also alle Bikes. Egal. Oder du in der Mitte dann. Okay. Warte. Ich fahre weiter vor. Fahr mal so schräg. So? Ja, ja, ja. Warte. Luft. Wohin gucke ich? Guck gerade. Guck mal ein bisschen höher. Ein bisschen niedriger. So, so, so. Warte. 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 Perfekt. Ah. 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 Spreng. Ich habe einen Helm auf. Mir kann nichts passieren. Ah. Ah. Wie das Poltert. Oh, oh. Das ist voll. Schwierig. Nein. Du darfst bloß nicht zu weit auf die eine Seite, weil dann fliegst du bis ganz unten drunter. Halt dich weiter auf der... Scheiße. Kannst du meinen Helm abnehmen? Mit Helm ist... Kannst du den Helm abnehmen? Hier liegt noch ein Handschuh. Hallo. Ich kann sie filmen, wie er runterfällt. Vielleicht fliegt er wirklich. Ich sehe Füße. Haha. 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 Oha, das ist ganz hart gemackelt. So, Marco. Jetzt mach mal noch ein Bild. Ja, dann mach den weg. Von hinten mit Pullover. Leute, ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst mir was sollen die mir da lassen? Daumen nach oben. Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Motorvlog, Leute. Tschüssi. Tschüssi.